Servus liebe Angelfreunde, willkommen zurück. Neue Folge, neue Glück. Neue Folge, neuer See, neue Chancen, neue Fische zu fangen. Keine Ahnung. Jedenfalls hatten wir beide heute schon sehr viel Spaß, diese Stelle hier auszusuchen. Workout! Workout-mäßig sind wir hierher, ohne Steine, mehr Stock und Laub und Waldboden so ungefähr. Ich habe mich diesmal durchgesetzt und mal gucken. Also ich habe diesmal diese Stelle hier rausgesucht und habe gesagt, wir müssen hierher, ich möchte von hier aus angeln. Diesen Tipp haben wir von Abonnenten bekommen. Danke, danke, danke. Und das vierte oder fünfte Mal Danke kriegst du, wenn wir hier Fische fangen. Ihr seht das Intro und dann fangen wir an zu angeln. Guck mal, ich sehe diesen Fische an. Wow, da können wir sogar schon ein bisschen weiter weg gehen. So, wie immer hat die Anne schon die Angeln alle vorbereitet. Ich habe in der Zeit, weil wir haben hier gar nicht weiter, guck mal, wir haben hier eine Decke zu liegen, wir haben hier keine Stühle bei. Ich habe bloß eh eine Box mitgenommen, wo ein paar Wirbel und ein paar Ersatzhaken drin sind. Dann haben wir eh mal nur Paniermehl gemacht. Diesmal keine Haferflocken, kein zusätzlichen Mais. Und ich fange auf jeden Fall an mit zwei Message Feeder Routen. Ne, mit einem Message Feeder und einer Futterkorb-Route. Immer werde ich da mal dran machen und dann einen anderen kleinen Dumble oder sowas. Und Anna hat, glaube ich, wieder Message Feeder und Pose, ne? Ja. Message Feeder und Pose. Und dann schauen wir mal. Hier soll alles drin sein. Wie gesagt, den Tipp hat man, da wartet schon wieder, wie gesagt. Der Film ist gerade drei Minuten alt wahrscheinlich. Aber so eine Gewohnheiten kann man nicht ändern. Aber diesmal hat er gerecht. Wie gesagt, schon vor dem Intro, wollte ich ja eigentlich sagen, haben wir den Tipp vom Abonnenten bekommen. Wir suchen ja immer neue Seen. Oh, da wird schon Mais ausgekippt. Den kannst du, glaube ich, nicht mehr benutzen. Warum? Riecht man dran? Ne, will ich nicht. Okay. Der riecht schon so ein bisschen säuerlich. Also kann man benutzen auf jeden Fall. Karpfen lieben den eigentlich so. Schauen wir mal. Ne, dann möchte ich das nicht. Wir lassen die Kamera gleich mal vom Anfang an mal anlassen. Wie gesagt, wir haben, wie gesagt, wir haben drei Stunden Zeit zu angeln, so ungefähr. Dann müssen wir hier den weiten Weg wieder zurück zum Auto und nach Hause. Und dann lassen wir die Kamera durchlosen, bestücken die Angeln. Und dann schauen wir mal, was hier so geht. Die Anne hat die Route schon draußen. Sie macht immer ein Geheimnis draus, was sie da für Köder dran hat und so. Ach so, ja. Gar nicht. Na, ähm, ja, zeige ich beim nächsten Mal. Ja, ja, also hier, meine Futterkorbrute hier, ein bisschen Paniermehl drin, dann schöner Maishaken, ein Zehner, da sind jetzt sechs Mahnen drauf, die kommt erstmal raus. So, die zweite Route bei mir, Messetfeederkorb, den Paniermehl einfach so mit der Hand draufgeknetet und den kleinen Dammmel da drin gesteckt. So, dann versuchen wir, an die Kamera mal so ein bisschen hinter uns zu stellen. So, auf die Routen und mal gucken, ob hier eine Route heute abläuft in drei Stunden. So, ihr habt ihn vielleicht gesehen, den Kräftchenbiss. So sieht der Hacken aus. Also Mahn ran und wieder raus. So. So. Amen. Oh, oh ja. Oh, das ist sogar vielleicht ein schöner Fisch. Oh ja. Hier wird schon wieder gelacht, aber das glaube ich ein richtig schöner Fisch hier dran. Oh, der kommt noch nicht. Uiuiuiui. Oh, der ist jetzt unten durch. Oh, der ist ganz schön schwer. Oh, alter Schwede. Uiuiui, ist das ein Fisch. Hast du da was für mich? Ja, na klar. Ach du Gott. Oh, danke. Bitte. Juhu. Juhu. Joi, ist das ein Fisch, ey. Äh, in der Tasche drin. Okay. Ich hol's raus. Wie kriegen wir das denn? Ach, oh Gott. Welcher Tag? Oh. So, meine Freunde. Da ist er. Guckt euch an. Was für ein geiler Giebel. Ja. Sehr gut. Nicht schlecht. 43 cm. Guckt euch an. Was für ein geiler Giebel. So, die Anna hat natürlich klein noch ein Foto gemacht für die Angelmasters. Mega geil. Ja, was soll ich euch sagen. Es gibt wirklich einen See bei uns in der Region, wo ich den ersten Fisch fangen kann. Und vielleicht sogar den größten. Und vielleicht sogar den größten. Und vielleicht sogar den größten. 43 cm. Ihr seht ja die Anna gar nicht. Da ist er. 43 cm. Und wie gesagt. Wie gesagt. Da ist er schon wieder. Aber im Kopf hatte ich schon den, den nächsten, den nächsten Satz. Nochmal, da drüben wird quasi gerade die Posenmontage abgebaut, denke ich mal. Ich war beschäftigt, ich habe dir geholfen mit deinem Fisch. Das stimmt allerdings. Und ich habe nicht auf meinen Pose achten können. Ja, das stimmt allerdings. Okay, dann werden wir erstmal versuchen die Montage zu befreien. Und dann erzählen wir gleich weiter. Schade, da hätten wir auch die Kamera anlassen können. Anne mit ihren Muckis immer kräftig ziehen. Da ist der ganze Baum mit rausgekommen so ungefähr. Ne. Toi, toi, toi. Die Montage ist noch dran. Kann die Anne weiter angeln. Mal gucken, wie lange sie noch mit der Pose angelt. Weil sie ist ja immer ziemlich schnell dann. Okay, Futterkorb fängt. Nein, das ist gar nicht wahr. Ich habe hier halt nur nicht so viel Platz, weißt du? Ja, das stimmt. Aber ich angle ja eigentlich so ein bisschen weiter rechts. Ja. Toi, toi, toi. Aber du kennst meine Skills. Ich kenne diese Skills, ja. Und ihr kennt sie eigentlich auch ein bisschen. Aber man muss ja sagen, dafür, damit Anne noch nicht so lange angelt, sind das schon echt gute Skills. Weil wir haben hier runterhängende Bäume von hier oben. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Da oben. Auf dem Video kann man nicht gar nicht die Entfernung so abschätzen, aber über Kopf werfen ist hier nicht drin. Also geht schon, aber man muss schon so loslassen, dass die Montage nicht da oben im Baum drin hängt. Und bis jetzt hast du es hingekriegt. Bis jetzt hast du es hingekriegt, ja. Da würde ich es lieber gleich wieder rausholen. Ja, die Anne macht das schon genau richtig. Da liegt ja so ein Baum da an der Seite drin. Da muss natürlich die Pose ran. Ja, aber das passt natürlich. Und deswegen haben wir auch am Anfang gleich die Kamera angelassen. Wie gesagt, wir haben eh nicht so viel Zeit zum Angeln heute. Maximal drei Stunden. Und ich glaube hoffentlich alle Akkus zusammenliegt bei habe. Wir halten für drei Stunden. Gar nicht so lange labern. Die Angeln muss erstmal wieder hin. Ja, und ihr habt das hier sehen, der Biss war jetzt gar nicht so heftig. Also das hätte jetzt auch eine Plötze oder auch in Bad Klenitz sein können. Aber so ein schöner Fisch. Und so ein schöner Fisch, da sind wir wieder beim Stichwort. Danke an dem Abonnenten. Ich müsste jetzt wieder rin gucken. Du hast mich ja über Instagram angeschrieben. Danke für den geilen Tipp. Wir wollten ja eigentlich quatschen hier am See. Du wolltest nicht auf dem Video sein. Heute ganz spontan die drei Stunden mal rausgesucht. Aber wenn wir das nächste Mal mehr Zeit mitgebracht haben, dann können wir uns gerne hier treffen und dann quatschen wir mal eine Runde. Für so eine Tipps ist man natürlich dann immer dankbar. Aber wir suchen ja oder ich habe ja schon lange ein Gewässer gesucht, wo auch richtig schöne große Giebel drin sind. Das scheint vielleicht ein Gewässer zu sein, wo das so ist. Mal gucken, wenn der erste Fisch ein 43er Giebel ist, geil, absolut geil. Aber dann höre ich mal für alle, die mein Laber nicht immer hören können, erstmal aufzuerzählen. Ich werde die Kamera trotzdem weiter anlassen, auf die Routen richten und dann werden wir erstmal Frühstück essen. Oder ich werde erstmal Frühstück essen. Anna hat ihr erste Portion im Auto schon vertilgt. Weil wenn man an mir besser ist, so wie Anna sagt, dann musst du gleich losgehen mit Angeln. Und dann nochmal Danke an den lieben Bäcker. An den lieben Bäcker oder? Na ja, an das liebe Bäcker Personal, muss man ja sagen, für den Gratiskaffee. Du hast es uns ja versprochen und wir haben es eingelöst. Danke dafür. Da kommen wir natürlich immer gerne wieder. So, aber wie gesagt, genug gelabert. Kamera wieder ein bisschen hochgestellt hier. Auf die Routen. Auf das Wicht hier. Wie man immer gesagt hat, mir öfter gesagt hat. Ich soll ja nicht so viel labern. Das Angeln ist wichtig. Da sind die Routen. Mal gucken, ob ich wieder beißt. Oh, der nächste Fisch. Hey, das läuft. Weg ist er. Weg ist er. Da war kurz dran. Habt ihr den ein bisschen gesehen? Der hat sich so ganz leicht losgelaufen damit. Cool. Also wieder Mahn ran und raus sammeln. Ich werde mal kurz was ausprobieren. Habt ihr das gehört? Ich werde mal kurz was ausprobieren, sagt ihr. Also da muss man, da muss man wirklich sagen. Also wie sagt man immer so schön? Hummeln im Hintern. Nein, ich will nur mal kurz. Du guck mal da. Also da. Ja, mach. Nur mal kurz meine Pose. Immer zu. Also. Das ist, wenn man mit Anne unterwegs ist beim Angeln. Ist so einfach mal sitzen. Ja. Ist nicht drinnen. Aber dadurch lernt sie auch sehr, sehr viel kennen gleich an mir besser. Habt ihr schon gemerkt, ihr hattet nicht so ganz gefallen mit der Pose hier. Wie die so getrieben ist. Obwohl die da an dem Baum, glaube ich, richtig gute Legen hat. Da hat es sich auch schon ein bisschen gegeben. Aber. Da ist ja mal so, die muss immer überall ausprobieren. Hier mal gucken, da mal gucken. So findet man natürlich auch immer geile Stellen raus. Und ich werde mich mal wieder vernünftig umdrehen, auf die Angel gucken. Aber das scheint ja zu laufen heute hier. Mal gucken. Also ist natürlich auch die Anfangszeit. Also kann natürlich auch gleich wieder anders aussehen. Jetzt weiß ich, was ich noch sagen wollte. Oh. Da weißt ja. Der war nicht dran. Da gibt es doch nicht. Was ich sagen wollte. Warum der Fisch dann ausgestiegen ist. Ihr habt das vielleicht gesehen. Ich bin hinterher nochmal zur Kamera gegangen. Hab die Kamera noch ein bisschen gedreht. Und dabei die Rute ein bisschen locker gelassen. Und wenn man natürlich so einen Futterkorb dran hat. Das wirkt ja auch so ein bisschen wie ein Hebel. Wenn die Schnur plötzlich locker ist. Braucht der Fisch sich bloß eh mal drehen. Und so ein Haken kommt wieder raus. Aber gar nicht mehr lange labern. Wieder neu auswerfen. Schade. Gerade wieder umgedreht. Kommt ja bis. Ein bisschen auf Angel konzentrieren. Weißt du? Oh ja. Und? Fisch? Ist was dran. Ist was dran. Ist was kleine. Bei Anne muss man nicht aufpassen. Die holt die Fische immer raus und sagt immer gar nicht Bescheid. Ja. Eine Rotfeder. Ja. Bittere. Also hat sich die Anne auch entschneidert. Oh. Ich hab tatsächlich was dran. Ja. Ja sagt er. Oh. Nächste Fisch ab. Nicht schlecht. Zack. Nächste Fisch ab. Petry. Nächste Fisch. Nächste Fisch. Schade. Oh. Schade. Oh. Oh. Kann ich mal wieder ein bisschen helfen. Oh. Oh ja. Ach Quatsch. Jawohl ja. Was ich anerkannt, das kann ich auch. Ein schöner Barsch. So meine Freunde. Ich hol grad die Kamera. Mal ein bisschen dichter. Dass wir uns mal sehen. Was macht es? Es regnet. Und vor, ich glaube 10 Minuten, habe ich zu Anne gesagt, guck mal auf dein geiles Regenradar. Na mal guck doch mal da oben. Hat sie mal. Seht alles gut aus. Hier wird es nicht regnen. Ja. Hört doch schon wieder auf. Es hört gleich schon wieder auf, ja. Aber man muss sagen, nach den ganzen Barschen, die wir jetzt hier gefangen haben, will irgendwie eine Standort mehr beißen. Nein. Nein. Ja. Anna hat schon gesagt, ne, hätten wir heute Barschbettel gemacht, würde sie vorne liegen auf jeden Fall erstmal. Aber vielleicht haben wir ja jetzt auch einen See gefunden, wo wir vielleicht das nächste Mal einen Barschbettel machen. Und du hüpfst dann rein? Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Kommt drauf an, was der Wetteinsatz ist. Ne, ansonsten, leider haben wir nicht mehr ganz so lange. Ne, wir sind heute, also wird die Fahrzeit, wird genauso lange sein, wie unsere Angelzeit. Aber wir wollten den, den, den See unbedingt mal sehen. Und ich glaube, es wurde nicht zu viel versprochen. Also ging ja richtig gut los. Jetzt ist natürlich auch das Wetter irgendwie nicht ganz so schön. Da hinten ist noch ein Angler. Also Angler sind schon unterwegs. Das ist immer gut. Hier gibt es auch richtig schöne Stellen noch an dem See, muss ich sagen. Also wir werden auf jeden Fall das hier nochmal probieren. Aber dann vielleicht mit mehr Zeit. Ja. Ja. Weil das dann immer doch ein bisschen schade. Eigentlich will Anne, man merkt das ja schon, die Angel sich wieder schnappen und da nochmal hinlofen und da hinlofen. Ich darf immer nicht. Na doch, kannst du. Nein. Du bockst da nochmal rum, wenn ich dich alleine hier sitzen lasse. Ne, weil ich Angst habe, wenn ich hier alleine im Wald sitze. Dass ich hier weggeschnappt werde. Ne, aber das hat man schon wieder gesehen hier. Am liebsten würde ich schon wieder die Posenangel schnappen und hier woanders hinlofen. Ja, man muss ja austesten. Ja, aber kannst du ruhig. Nimm bitte deine Maisdose und such dir eine andere Stelle. Hier rechts lang oder links lang. Warum bist du jetzt so? So wie sie es möchten. Ja, da verhedder ich mich. Ja, das kann sein. Man hat nämlich beim letzten Mal, hat man nämlich schön gesehen und hat mir gewundert, warum da oben der Ast immer so komisch zittert. Schatz. Naja, aber wie gesagt, toi toi toi, die Posenmontage, obwohl sie schon im Baum unter Wasser war und im Baum über Wasser, ist alles noch dran. Karma. Karma? Karma. Oder sowas. Weil ich immer so wundervoll bin, bist, mein ich. Zu der Natur. Ja. Wir sind so wundervoll zu der Natur. Deswegen sagt der Baum immer, ja, gehalt mal. Genau. Füll ich nicht, deine Pose. Ja, die hält schon ziemlich lange, die Montage, muss man sagen. Aber, nichtsdestotrotz. Ich finde das nicht gut, wie die Pose da ist an der Stelle. Ne, wa? Nein. Schlimm. Hier muss schon wieder was verändert werden. Wie gesagt, nimm mal deine Maisdose und geh mal zunächst. Oh, da sind, guck mal da, auf den Blasenteppich musst du schmeißen. Wo denn? Na da, guck mal da. Soll ich da nochmal rüber gehen? Kannst du ja vielleicht das probieren. Nein, ich trau mich nicht. Oh, warte, ich hab was gefangen. Achtung. Steh lieber auf, bitte. Meistens ist das so, wenn man dann zu faul ist, weil der Haken vorne direkt beim Angelplatz quasi im Gras hängt. Und ich geh mal kurz dahin. Ja, geh mal dahin. Petri, heil. Hier Petri, danke. Ja. Du kannst mal die Leute weiter folgen. Ja, hab da gehört, ich soll die Leute hier weiter vollquatschen. Aber so viel werde ich jetzt gar nicht mehr quatschen. Das Wetter ist ein bisschen gruselig heute. Kalter Wind. Wie gesagt, jetzt kam sogar der Regen. Vielleicht haben wir das kurze Beißfenster heute früh abgepasst. Ja, mal gucken. Ja, mal gucken. Gucken wir mal auf das Handy. Was natürlich total nass geworden ist. Ja, sagen wir mal eine Stunde. Eine Stunde Angelzeit haben wir jetzt noch. Aber wir müssen ja hier nochmal zurück zum Auto und nach Hause Kinder von der Schule holen. Ja. Dann werde ich jetzt die Kamera erstmal ausmachen, weil so viel Akku haben wir nicht mehr. Und dann Wechsel wieder anmachen. Wenn wir vielleicht... Oh, was jetzt? Ja, mein Haken ist leer. War schon ein Fisch dran? Oh ne, wir haben glaube ich wieder irgendwo drin gesessen, oder? Ich habe nirgendwo drin gesessen. Ne, wo hast du drin gesessen? Na, das ging auf einmal so schwer einzukurbeln. Ja. Und dann habe ich dran gezogen. Dann ging kurz gar nichts. Ja. Dann habe ich nochmal dran gezogen. Ja. Dann kam es mit. Also... Der Haken kam leer wieder. Also leer. Das könnte ein richtig großer Fisch gewesen sein. Das war bestimmt noch einer. Ich denke mal so ein 20 Kilo Karpfen. Mehr. 30. Mindestens. Mindestens. Das ist natürlich auch die Glücksrute. Zusätzlich war da noch deine Schleie dran. Ah. Die habe ich nämlich auch gesehen. Die hast du sogar gesehen? Mhm. Die haben die Rückenflosse mal kurz über Wasser. Und die hat einen Barsch im Maul. Die Schleie. Das ist jemand wie bei dem Mann. Okay. Ja. Und du? Nervst die Leute wieder? Ja. Ich nerve die Leute noch ein bisschen. Bin aber gleich fertig. Ich wollte die Kamera schon gerade wieder umstellen. War fertig. Ja? Ja. 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 Ich geh da mal nochmal. Petri Heil. Voll Petri Dank. Du könntest dir auch, wenn du würdest, die Maisdose mitnehmen. Brauchst du eh nicht, ne? Brauchst du eh nicht, ne? Du brauchst die Maisdose nicht, ne? Mal gucken. Ich geh eh wieder in den Baum. Gucke mal. Na mal gucken, wenn sie wieder hier ist. Ja. 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 Und ich mache gerade ein bisschen Naturaufnahmen hier. Ihr habt das ja vielleicht gesehen. Da kommt jemand wieder. Kein Haken mehr dran, aber die Montage hält und hält und hält. Wahrscheinlich ist die Angel mit Dreiwettertaft eingesprüht. Oh, so liebe Ange-Freunde. Wir haben jetzt vielleicht noch so 10-15 Minuten Angelzeit. Die Anne, die sehe ich gar nicht mehr. Die ist hier links weiter an dem See mit ihrer Pose. Ich weiß nicht, Pose und eine Maisdose. Ich habe noch nichts rufen oder schreien gehört, also ich weiß nicht, das kann gut oder schlecht sein. Aber wie gesagt, so 10 Minuten, Viertelstunde haben wir noch. Aber hier ist schlagartig Ruhe auf der Stelle. Ich glaube, man probiert die anderen Routen mit anderen Ködern, also bei den Messedfeedern auch mit Mahnen mit dran und so, nichts zu holen. Also da, kurz bevor so der Regen kam und dann der Regen, ich weiß nicht, ob das irgendwas bewirkt hat bei den Fischen. Oder ob die momentan einfach weitergezogen sind oder, 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 oder. Kann so viel sein. Ist natürlich auch maximal drei Stunden Angelzeit. Ist natürlich eigentlich nichts. Und dann gucken wir mal, ob in den letzten paar Minuten hier nochmal ein Fisch beißt oder nicht. Hat ja bombig angefangen, muss man sagen. Aber genau so bombig hat es auch nachgelassen. Ich weiß ja nicht, was mit Anne ist da hinten. Ich hoffe, die sind nicht verscheuen gegangen. Oder sie kommt gleich von der anderen Seite wieder zurück. Kann auch sein. Aber da hinten sehe ich bloß den anderen Angler immer noch wirtschaften. Der angelt auch mit Glocken oben dran. Da hört man sich die ganze Zeit auch bimmeln. Also entweder bei dem beißt der Dude oder der kontrolliert ständig seine Angeln. Wiss ich nicht. Naja, schauen wir mal. So, meine Freunde. Ihr seht uns so ein bisschen durchgefroren. Ich musste Anne erstmal suchen gehen hier. Die hat sich da versteckt. Die hat da natürlich auch eine sehr, sehr geile Stelle noch gefunden. Wird auch sehr, sehr gut gebissen hat. Aber unsere Zeit ist leider vorbei. Wir müssen auch wieder da noch zurück wandern mit unserem bisschen Zeug, was wir hier haben. Kurzer geiler Angeltrip. Ja. Schöne Fische gefangen. Ja. Muss man sagen. Manche sind leider nicht dran geblieben. Bei dir, ja. Ja. Ja, das stimmt. Ich habe noch einen guten, leider verloren, wo ich an der Kamera da rumgefummelt habe. Aber jetzt ist es auch nicht schlecht, wieder in ein Auto zu gehen. Also es wird langsam Herbst, glaube ich. Und dann, ja, macht sowas auch, ne? Fahrt auch mal für 1-2 Stunden mal im Wasser. Man kann schön Fisch fangen. Ich merke hier die kalten Hände hier unten. Okay. Wir machen Schluss. Ihr guckt einfach Dienstag oder Freitag 19 Uhr bei uns vorbei. Da gibt es jedes Mal einen neuen Film. Und bis dahin. Tschüss, ciao. Und bis bald. Das machen wir nochmal. Und bis dahin. Tschüss, ciao. Und bis bald. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017